Mein Blick wanderte ihre kurzen, gepflegten Fingernägel hinauf über ihre Hand zu ihrem schlanken Oberarm. Sie war die Sorte Frau, die gewöhnlich bei mir Praktika machten. Jung, bildhübsch, gut im Kaffee holen und mit Beinen, die fantastisch in einem kurzen Rock aussehen würden. »Nika«, ein rundlicher Mann, Mitte fünfzig, schob sich zwischen den Regalen hindurch. »Mädchen, ich hab dir gesagt, du kannst dir gern deine Flyer auslegen, aber hör auf, meine Kunden zu belästigen.« »Hm«, »Nika also«, der Name passte definitiv zu diesem süßen Ding. »Sorry«, rief sie mit einem atemberaubenden Lächeln, »bin schon weg.« Dann flüsterte sie an mich gewandt, »Kommen Sie ins Tierheim, ich kann Ihnen helfen.« Schnell legte sie die Flyer auf eines der nahestehenden Regale, die über und über vollgestopft waren mit unterschiedlichstem Futter, Spielzeug, Betten und allem, was das Hundeherz so begehrt. Auf der einen Seite leuchtete mir ein, warum Ladenbesitzer versuchten, alles für ihre Kunden im Angebot zu haben. Aber manchmal war doch weniger mehr, oder? Ich meine, diese Regale waren so voll, dass ich mich vollkommen erschlagen von all den Waren fühlte. Die kleine Nika war eine willkommene Abwechslung in diesem Messie-Geschäft. »Bei Mr. Smith«, sagte sie an den Mitarbeiter gewandt und verschwand aus dem Laden. Das Windspiel klingelte, als würde es ihren Abgang begleiten. »Kann ich Ihnen helfen?« Die Stimme von Mr. Smith riss mich aus meinen Gedanken über Nika und ihre sehenswerte Rückseite. Mein Blick wanderte über die Welpen in dem Schaufenster. Es wäre so einfach, einen von ihnen hier und jetzt mitzunehmen. Aber irgendetwas völlig Surreales in mir drängte mich dazu, ins Tierheim zu gehen. Den Flyer, den ich noch immer in meiner Hand hielt, steckte ich in meine Tasche. Ich wollte mich nur mal über eine Erstausstattung informieren, log ich, und ich wusste noch nicht einmal, warum. Aber ich wollte Nika wiedersehen. Sie war so voller Energie, voller Leben, dass es ansteckend war. Süchtig machend, irgendwie. Nika. »Die schmecken himmlisch«, brummte Cassie und biss ein weiteres Mal in die Brownies, die Tammy vorbeigebracht hatte. Und ich musste meiner blonden Lieblingskollegin recht geben. Es gab wohl niemanden, der besser backen und vor allem kochen konnte, als meine beste Freundin Tammy. Sie hätte einen Foodjob machen sollen, anstatt Animal Control Officer. Wobei, dann hätte ich sie vielleicht niemals kennengelernt. Tammy war vor zwei Jahren in die Wohnung über dem Shelter gezogen, als unsere Ex-Chefin dort ausgezogen war. Sabrina, ihre Nachfolgerin, wollte die Wohnung nicht haben und Tammy hatte zugeschlagen. Seitdem arbeitete sie ehrenamtlich im Shelter mit. Die Tiere, die sie auf der Straße aufgabelte, brachte sie zu uns, damit wir sie aufpäppeln konnten und dann ein neues Zuhause für sie fanden. Wenn alles gut ging. Leider war es viel zu schwer, eines unserer Sorgenkinder zu vermitteln, obwohl es alles wundervolle Tiere ganz ohne Macken waren. Ich nickte zustimmt. Ich würde sie heiraten, wenn sie keinen so miesepetrigen Bruder hätte. Cassie lachte. Wir beide waren Spike dankbar, der uns immer mal wieder als Tierarzt aushalf. Aber seine Launen waren phasenweise wirklich unerträglich. Optisch erinnerte er mich ein bisschen an den Kerl im Zooladen heute. Typ heißer Manager im Designeranzug. Ich fragte mich, was ein Mann wie er vor einem Welpenschaufenster suchte. Einen Chihuahua für seine Freundin? Auf jeden Fall hatte er Kohle ohne Ende. Ich konnte seinen Wagen sofort auf der Straße identifizieren. Der Porsche Panamera schrie geradezu nach dem Geschäftsmann. Ebenso wie ein Handtaschenwawa für seine silikonbrüstige Freundin.